So, da wir gerade einen kleinen Feuerproberalarm hatten und das etwas schwer war zu verstehen, was hier vielleicht alles erzählt wurde. Also nochmal so ganz kurz von Anfang. Aufgabe 45, wir haben eine Induktivität und eine Kapazität. Und wir haben diese schöne Schaltung und für die Induktivität ist auch dieser Strom gegeben. Jetzt haben wir gerade schon irgendwie vorher diskutiert, was hier in dieser Masche passiert, weil das hatten wir irgendwie schon ein paar Mal so ein bisschen besprochen. An dem Widerstand gilt das Ohmsche Gesetz, an der Induktivität gilt das Induktionsgesetz. Hier gibt es eine Spannung, wenn Strom fließt. Hier gibt es eine Spannung, wenn der Strom sich ändert. So, und wegen dieser Ableitung hier in der Formel kann der Strom an der Induktivität auch nicht springen, kann sich nicht sprunghaft ändern. Der muss sich immer kontinuierlich ändern. So, wenn man jetzt den Schalter vorher geöffnet hat, hätte und hier kein Strom fließt in dieser Masche und ich mache den Schalter zu, dann kann aufgrund dieser Ableitung der Strom auf jeden Fall nicht springen. Das heißt, der Strom muss noch für einen kurzen Moment null bleiben. Wenn der Strom null ist, ist die Spannung über den Widerstand auch null. Jetzt muss die Spannung von der Quelle aber irgendwo hin. Die geht eben auf diese Induktivität. So, und das heißt, es gibt hier eine Spannung. Wenn es hier eine Spannung gibt, gibt es auch eine Stromanstiegsgeschwindigkeit. Das heißt, der Strom hier in der Masche steigt an. Wenn der Strom ansteigt, steigt auch die Spannung an. Wenn die Spannung ansteigt, muss die Spannung abfallen. Wenn die Spannung abfällt, fällt auch die Stromanstiegsgeschwindigkeit ab. Das heißt, der Strom steigt weiter an, aber der steigt langsam an. Und dann kriegen wir diese E-Funktion hin. Und irgendwann nähert sich der Strom einem Endwert, nämlich den 10 Ampere, die hier oben stehen. So, und wenn der Strom dann seinen Endwert erreicht hat und konstant ist, was passiert dann hier noch mit den Formeln? Wenn der Strom konstant ist, ist kein Dörfer. Genau. Und wenn der Strom sich nicht mehr verändert, dann verändert sich die Spannung nicht mehr. Nee, also nee, die Spannung verändert sich auch nicht mehr, aber dann ist diese Spannung auf jeden Fall auch null. So, und dann wird nichts mehr induziert. Und wo fällt dann die Quellspannung ab? Über den Widerstand. Ja, so, also das heißt, dieser Strom, der hier oben steht, wie könnte ich den auch ausrechnen? Genau, also, und zwar die Spannung durch den Widerstand. Ja, also das müsste sich ergeben aus Ufu durch den Vorwiderstand RV. So, und jetzt fließt hier auf jeden Fall dieser Strom in dieser Masche, diese 10 Ampere. Und jetzt, und es ist Energie in der Spule gespeichert. Und jetzt legen wir diesen Schalter um. Und was wird jetzt passieren? Genau, aber die Spule muss auf jeden Fall, also dieser Schalter muss eigentlich auch so sein, dass er instantan umschaltet. Ich schalte, hallo, ich schalte hier aus und gleichzeitig sozusagen da ein, weil die Spule will den Strom unbedingt weiter treiben. So, und wenn ich jetzt hier aufmache, kann der Strom nicht mehr hier lang fließen, sondern der Strom muss andere Richtungen lang fließen. Und die Induktivität will den Strom auf jeden Fall weiter treiben und dann wird die diesen Kondensator hier aufladen. Genau, also der Strom, den wir jetzt hier zumindest, so wie wir uns das jetzt gedacht haben, mit der Richtung der Spannungsquelle und so ist, glaube ich, auch die Schaltung im Aufgabenheft, fließt ja der Strom jetzt hier durch die Induktivität nach unten. Und das heißt, der wird jetzt hier erstmal in die Richtung durch die Kapazität fließen. Okay, so, und jetzt ist laut Aufgabenstellung gefragt, bis auf welche Spannung wird dieser Kondensator aufgeladen? So, und was gibt es jetzt für Ideen, um das auszurechnen? Also hier am Ende haben wir eine Parallelschaltung von einer Spule und einem Kondensator. Wir könnten auch sagen, es ist gleichzeitig auch sowas wie eine Reihenschaltung. Also wenn ich nur zwei Elemente habe, sind die sowohl parallel als auch in Reihe geschaltet, weil über den fällt ja die gleiche Spannung ab und durch die fließt auch im Prinzip der gleiche Strom. So, was steht als Titel über der Aufgabe drüber? Gespeicherte Energie. Das könnte ja ein guter Ansatz sein, zu sagen, ich rechne mal die Energie hier aus und wenn es einen Energiehaltungssatz gibt, dann müsste ja die Energie von hier nach hier übertragen werden können und dann kann ich vielleicht aus der Energie wieder die Spannung ausrechnen. So, das wäre doch eine Idee. Okay, wie können wir die Energie in der Induktivität ausrechnen? Genau, 1,5 L mal I², das haben wir eventuell vielleicht letzte Woche auch mal irgendwo hergeleitet. Und wie kann man die Energie in der Kapazität ausrechnen? 1,5 L mal I². Genau, also diese Formel haben wir definitiv mal letzte Woche irgendwann hergeleitet und die vielleicht in einem anderen Übungstermin mal. Ja, und an der Kapazität können wir, wenn wir wollen, auch so eine ähnliche Formel hinschreiben, die Strom und Spannung miteinander verknüpft. Was würde man da hinschreiben? Oder wie lautet die? Also für Strom und Spannung an der Kapazität. Ja. Ja, nee, so richtig nicht. Genau, also man kann sich das hier so überlegen und sagen, ein Strom fließt dann, wenn die Ladung sich ändert, wenn ich dq von t nach dt ausrechne, eine Zeitableitung der Ladung und eine Kapazität, hier das c, war wie definiert? Ah ja, okay, ich fährt gerade ein Rechenklasse. So, c ist genau, q durch u, ja, also Ladung pro Spannung. schreibe ich jetzt mal so auf q von t durch u von t und weil sich Ladung und Spannung an der Kapazität dann proportional zueinander ändern und die Kapazität der Proportionalitätsfaktor ist, ja, und jetzt könnte ich das im Prinzip nach q umstellen, c mal u das dort einsetzen und dann kommt da raus, i von t ist c mal du von t nach dt. So, und was fällt einem jetzt auf, wenn man auf diese Formeln draufschaut? Also auf diese beiden hier und auf diese beiden hier? Nö, da im Integral musst du jetzt nicht zwischenstehen. Also wenn man jetzt einfach so auf diese Formeln draufschaut, fällt einem was auf? Genau, es gibt so ein, naja, es gibt einfach so ein Dualitätsprinzip. Also die Formeln für die Kapazität und für die Inunktivität sind die gleichen, bloß wo hier Spannung steht, steht hier Strom, wo hier Strom steht, steht hier Spannung, wo L steht, steht c, ja, und wo L steht, steht c, wo i steht, steht u. Und wenn man die eine weiß, weiß man die andere auch, man muss nur L durch c und u durch i ersetzen und dann hat man sich die Formel für die, für das andere duale Bauelement auch hergeleitet. So, ja, was machen wir jetzt als nächstes, um das auszurechnen? Genau, also natürlich sind das unterschiedliche Formeln, aber die haben die gleiche Struktur, ja. Nein, 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 wir haben das jetzt nicht umgestellt, das gilt ja für die Induktivität, das gilt für die Kapazität, die Formeln sind dual. Genau, also wir haben doch hier die Werte, wir setzen das jetzt einfach ein, die Energie und die Induktivität und den Strom und dann kommt da raus, das ist ein Halb mal ein, ups, ein Milli-Henry mal 10 Ampere und die 10 Ampere müssen wir noch zum Quadrat rechnen, natürlich mal 10 zum Quadrat und Ampere zum Quadrat einzeln. So, jetzt müsste man als nächstes vielleicht über die Einheiten nachdenken. Henry kann man auch schreiben als, ja, also Milli können wir schreiben als 10 und Minus 3. So, und Henry? Also ich meine, man könnte sich das jetzt aus dieser Formel hier überlegen, was das L für eine Einheit haben muss, ja. So, wenn ich mal die Formel hier als Einheiten hinschreibe, steht auf der Seite ein Volt. So, der Strom hat was für eine Einheit? Ampere. Und die Zeitableitung oder die Zeit da unten in der Ableitung? Hat Sekunde. So, und jetzt ist ja die Frage, was muss ich hier vorschreiben, damit Volt überbleibt? Ja. Genau, also Volt Sekunden pro Ampere. Ja, wenn ich das so mache, dann kürzen sich die Ampere weg und die Sekunden weg und es bleibt genau ein Volt über. Also Henry muss sein Volt Sekunden pro Ampere. Schreibe ich mal hier auch nochmal hin, eine Milli, ist Milli vielleicht über den Bruchstrich, Milli Volt Sekunde pro Ampere. So, also statt Henry kann ich schreiben Volt Sekunden pro Ampere. Dann kürzen sich schon mal hier Ampere und Ampere Quadrat einmal weg und ich kriege Volt Sekunden und Ampere raus. So, ein Volt mal ein Ampere kann man auch schreiben als... Ohm haben wir hier, Ohm ist ein Volt pro Ampere. So, Volt mal Ampere ist... ist ja so, wie wenn ich U mal I rechne, ist Leistung, Einheit der Leistung ist, ist Watt, ganz genau. So, also haben wir hier ein Watt. So, und dann wird das zu einem Watt und dann habe ich eine Wattsekunde. Eine Wattsekunde kann man auch schreiben als Joule. Ganz genau. So, also das 1,5 habe ich abgeschrieben, das Milli habe ich abgeschrieben, jetzt fehlt noch ein 10 hoch 2 und die ganzen Einheiten haben wir verbastelt zu einem Joule. Genau, dann steht da 10 hoch minus 1, weil Potenzen werden addiert, indem man, nee, multipliziert, indem man die Exponenten addiert. 10 hoch minus 1 sind ein Zehntel und davon noch die Hälfte sind 0,05 Joule oder eben ein Zwanzigstel Joule, wenn man das so aufschreiben möchte. Ja, die Hälfte von einem Zehntel. Okay, damit haben wir schon mal die Energie ausgerechnet, die in der Spule gespeichert ist. Genau, und jetzt können wir die einfach gleichsetzen. Können wir sagen, das hier muss genauso groß sein wie das EL. Bitte? Genau, also weil die Energie, die ganze Energie, die hier drin gespeichert ist, die können wir ja, also zumindest, wenn wir das hier so annehmen, die Spule ist eine ideale Spule, die hat keine Verluste. Das sind alles ideal leitende Drähte, die wir hier verwendet haben. Dann geht die gesamte Energie, kann erst mal darüber wandern. So, und jetzt interessiert uns die Spannung hier, die da steht. Wie kriegen wir jetzt die Spannung raus? Umstellen. Also, indem wir mal zwei rechnen, durch C teilen und dann die Wurzel ziehen. Also, U, C, Max. Diese Spannung, die wir da suchen, ergibt sich aus zweimal der Energie in der Induktivität. Und das geteilt durch das C und davon die Wurzel. So, und ich meine, wenn man jetzt, also wir haben jetzt einen Zahlenwert ausgerechnet, den können wir einsetzen. Man könnte jetzt natürlich hier oben auch noch mal rückwärtig das da einsetzen. Dann steht da eben, das ist die Wurzel von, so, und jetzt setze ich für das EL hier die Formel ein mit dem 1,5 und so. Dann kürze ich das 1,5 weg. Oder vielleicht schreibe ich es erstmal nochmal hin. Also, 2 mal 1,5 L mal I² und das Ganze geteilt durch C. Und dann führze ich die 2 gegen 2. Und dann könnte man jetzt den Ausdruck noch ein bisschen so umschreiben, dass da steht L durch C mal I. Und dann sieht das auch gar nicht so verkehrt aus. Jetzt können wir natürlich unsere Energie hier einsetzen, das so direkt ausrechnen. Auf die Art und Weise schreibe ich vielleicht mal hier drunter. Also, 2 mal 1,20 Joule. So, geteilt durch das C, das sind 100 Nano. So, Nano kann man auch schreiben als 10 hoch minus 9. So, und Farad kann man auch schreiben als Haha, genau, Dualitätsprinzip. Also, wenn Henry Volt Sekunden pro Ampere waren, genau, müssen das Ampere Sekunden pro Volt sein. Also, 100 Nano, ich schreibe mir ein bisschen kürzer, Ampere Sekunden, sage ich das Nano hier natürlich noch hoch, Ampere Sekunden pro Volt. Ja, und das passt auch, würde auch perfekt, wenn wir uns das jetzt noch mal aus der Gleichung hierher leiten, passen. Kann man mit Quartverwärterung nicht auch als Joule durch Volt? Kann man bestimmt, ja. Aber, also, du hast jetzt hier auf diese Formel scharf drauf geschaut, was wir sozusagen brauchen. Also, klar, das Joule muss weg und wir brauchen Volt Quadrat. Ja, können wir ja mal, weiß ich, vielleicht hier, also, die Idee ist, ja, wenn man jetzt, wenn man jetzt ein Fuchs ist und auf die Formel hier drauf schaut, also, hier steht ja eigentlich das Fahrrad, ne. Da müsste Fahrrad ja das Gleiche sein wie Joule pro Volt Quadrat, so dass sich die Joule wegkürzen, so dass Volt Quadrat überbleibt. Die Wurzel von Volt Quadrat macht Volt. So, also, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal gesagt, ein Fahrrad ist das Gleiche wie eine Ampere Sekunde pro Volt. So, und wir wollen jetzt zeigen, wir wollten, wir würden gerne dahin kommen, dass wir zeigen können, okay, das ist das Gleiche wie Joule pro Volt Quadrat. Richtig? So, ein Volt steht schon mal da. Wenn wir noch ein zweites Volt brauchen, können wir, wenn wir noch ein zweites Volt unter dem Bruchstrich brauchen, was machen wir? Ja. Naja, einfach, einfach, ja, also ich, ich, ich kann hier noch ein Volt hinschreiben, so, dann, genau, dann muss ich aber oben auch ein Volt hinschreiben. Ich müsste mit Volt erweitern, damit das passt. Richtig? Ja. Genau, so, und das haben wir schon mal gemacht. Oh Gott, oh Gott, das funktioniert, das klappt, nein. So, ähm, also Ampere mal Volt, das hatten wir hier oben schon mal, ist ein Watt, dann steht da eine Wattsekunde und eine Wattsekunde ist ein Joule, ja. Also ich schreibe mal als Zwischenschritt hin, das wäre ja eine Wattsekunde pro Volt Quadrat oder vielleicht die 1 wieder vor dem Bruch geschrieben, ja. Ja, so, und siehe da, das passt, also muss ja auch, ja, sonst wäre das total komisch. So, also können wir ja für das Verrat jetzt auch schreiben, wie wir uns gerade schön hergeleitet haben, das muss Joule pro Volt Quadrat sein, dann können wir das Joule wegkürzen, ähm, dann sind zwei Zwanzigste, sind ein Zehntel, so, und ein Zehntel kann ich auch schreiben als 10 hoch minus 1, ja. Die, die 100 hier unten kann ich auch schreiben als 10 hoch 2. So, und dann steht da 10 hoch minus 1 geteilt durch 10 hoch minus 2. Die 2, die, die 2 kommt von hier und die 20. kommt von hier. Also, das steht wohl immer von der und dann machen wir ein Zehntel. Ja, doch, 17 steht da. Genau, also, Moment, wir waren jetzt hier. Die, 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 äh, genau, die 2 kürzt sich mit der 2 hier. Nee, nee, hier oben, hier, hier haben wir dann später diese Gleichung. Eigentlich wissen wir es hier. Wir haben nur das hier eingesetzt jetzt. Wir haben einfach direkt die Energie eingesetzt als Zahlenwert. Und da steht zweimal die Energie, zwei Zwanzigstel, ja. Und zwei Zwanzigstel sind ein Zehntel. Zehntel kann ich auch schreiben als 10 hoch minus 1. So, und dann habe ich hier unten ähm, 10 hoch minus Potenzen werden dividiert, indem man die Exponenten subtrahiert. Minus 1, minus 2 sind minus 3. 10 hoch minus 3. Und, ähm, minus 3 minus minus 9 macht plus 6. So, also steht da die Wurzel, schreibe ich nochmal hin, die Wurzel von 10 hoch 6 Volt Quadrat. Und das kann ich dann wiederum auch schreiben als, genau, 10 hoch 3 Volt und das sind 1000 Volt. So wie früher man die Western war, 1000 Dollar. So, also das ist das, was rauskommt. Ähm, wenn wir die gesamte Energie, die in der Spule gespeichert war, jetzt umladen auf den Kondensator. Vorher waren da 10 Ampere in der Spule, ähm, dann ist der Strom null und dann haben wir 1000 Volt in dem Kondensator drin. So, und jetzt könnte man erstmal, wenn man wollte, nochmal checken, ob das hier oben mit der Rechnung auch passt. Ja, also wenn ich mal mit, ähm, mit dem hier weitermache, ist ja das Gleiche, ist gleich, werden ja auch einfach weiter ist gleich schreiben. So, dann steht da Wurzel L durch C. Jetzt setze ich einfach die Werte ein. L waren ein Milli, eine Milli Volt. Schreibt mal größer, sonst kann man das, glaube ich, nicht mehr sehen, Voltsekunde pro Ampere. Ja, und, ähm, C waren 1000, nee, 100 Nano Farad und Farad, wie wir gerade aufgeschrieben haben, sind Ampere Sekunden pro Volt. So, dann kürzen sich die Sekunden raus. Ja, dann kriegen wir Volt Quadrat durch Ampere Quadrat. Die Wurzel davon macht Volt pro Ampere. Volt pro Ampere. Passt, ja, macht Ohm, passt auf, weil hier steht ja sowas wie U ist irgendwas mal I. Na, das ist so, ist so, ist so wie so ein quasi Ohmsches Gesetz. Bloß, dass hier kein Widerstand steht, sondern irgendwas, was eben so die Einheit von einem Widerstand hat. Nämlich das L durch C. So, und dann müssen wir noch mal 10 Ampere rechnen. So, und dann können wir gucken. Also hier vorne einheitmäßig, wie gerade diskutiert, kommt Ohm raus. Naja, und ein Milli sind, äh, ich komme gleich zu einer Frage, sind 10 hoch minus 3. Das sind wieder 10 hoch minus, äh, ja, 10 hoch minus 9 und 10 hoch minus 2. Also hier haben wir so eine ähnliche Rechnung wie hier, ne? Das sind die, sind die gleichen Zahlenwerte natürlich, die hier oben auftauchen, ist das so? Ähm, nee, so richtig nicht. Also 10 hoch 3 durch 10 hoch 2 macht 10 hoch 1. Und 10 hoch 1 durch 10 hoch minus 9 macht 10 hoch 10. Rechne ich das jetzt richtig? Und die Wurzel von, nee, Quatsch, nee, nee, ich habe mich jetzt, also wir wollen mal zu viele Schritte im Kopf machen. Also hier steht 10 hoch minus 3 durch 10 hoch 2 macht 10 hoch minus 5, richtig? So, und 10 hoch minus 5 durch 10 hoch minus 10 macht, sozusagen minus 5 plus 9 macht 10 hoch 4. Man kann so einfach ein Taschenrechner einsetzen. So, 10 hoch 4 und die Wurzel von 10 hoch 4 macht 10 hoch 2, das sind 100, also kommt da raus, 100 Ohm mal 10 Ampere macht 1000 Volt. So, also kommt da auch 1000 Volt raus. Ja, und die Formel ist am Ende vielleicht ein bisschen hübscher, aber da sieht man die Energie nicht mehr so richtig. So, jetzt gab es hier noch eine kleine Frage, Unstimmigkeit. Kann ich mir das als die Wurzel aus dem 10-fach und der Kapazität vorstellen? Ja, im weitesten Sinne schon könnte man sich das jetzt schon als die Wurzel von der Kapazität aber ich meine, hier steht eben 1 durch die Kapazität 1 durch bis 10 Tage und das ist auch Also ich meine ich würde da jetzt am Ende gar nicht so wahnsinnig viel in diese Formel rein interpretieren also außer vielleicht was man da jetzt rein interpretieren könnte ist, also wenn ich mehr Energie draufgebe, dann kommt natürlich am Ende auch mehr Spannung raus so und zwar und noch mit dieser Wurzelbeziehung, also wenn ich 4 mal so viel Energie draufgebe, kommt nur doppelt so viel Spannung raus und wenn ich 100 mal so viel Energie draufgebe, kommt nur 10 mal so viel Spannung raus und wenn ich eben mehr Kapazität habe, dann wird die Spannung immer weniger, weil ich eben ja irgendwie so die gleiche Energie draufgebe ja und dann habe ich im Prinzip einen größeren Speicher, dann ist am Ende weniger Füllstand in dem Speicher, wenn man sich das so vorstellen will so was gibt es für weitere Fragen, da gibt es noch eine ich nehme die und 2 zwanzigstel dürfte nur nicht auf also bitte natürlich den anderen sondern auf 10 Formelstechnen also nochmal langsam uns so mitschreiben wir haben gesagt 2 zwanzigstel ist das gleiche wie 1 zehntel 1 zehntel kann ich auch schreiben als 10 hoch minus 1 das soll jetzt, das soll 10 hoch minus 1 sein 10 hoch minus 1 so und jetzt ist ja einfach nur Exponenten verrechnen also ich bei der Division rechnen wir ein Minus bei der Multiplikation rechnen wir ein Plus aber ich rechne jetzt Minus 1, Minus 2 das sind Minus 3 also hätte ich hier oben Minus 3 und jetzt rechne ich die Minus 3 Minus Minus 9 genau also hier steht auch ein Minus davor und dann werden daraus eben Plus 6 und die Wurzel ne und dann Wurzel ziehen ist eben wie ich teile durch 2 und 6 durch 2 sind 3 und dann kommen da 10 hoch 3 raus oder eben 1000 Volt oder man könnte natürlich auch jetzt man kann natürlich auch ein Kilowolt hinschreiben wenn man möchte das ist natürlich auch sehr richtig oder 10 hoch minus 3 Megavolt aber dann wird es langsam Album ja irgendjemand so jetzt kann man darüber nachdenken was passiert denn jetzt im Prinzip weiterhin in dieser Schaltung also wir haben jetzt die Induktivität dann entladen und jetzt diese Kapazität aufgeladen dann fließt kein Strom mehr naja es es fließt kein Strom mehr aber ich würde behaupten dass der Strom sich eben trotzdem noch ändert und damit gibt es auch eine Spannung über der Spule es muss ja auch eine Spannung über der Spule geben weil es gibt ja eine Spannung über dem Kondensator und die sind ja beide direkt parallel geschaltet naja wir könnten jetzt versuchen irgendwie aus aus der aus der Spannung die Stromstärke zu berechnen aber die Stromstärke wissen wir ja schon die ist ja genau null jetzt in dem Moment ja also wir haben ja gesagt hier ist jetzt zu dem Zeitpunkt an dem wir jetzt da die Spannung ausgerechnet haben ist jetzt hier keine Energie mehr drin wenn hier in der Induktivität keine Energie mehr drin ist ist der Strom gerade null ok warte jetzt die müssen ja es geht jetzt einfach nur darum so ein bisschen sich zu überlegen was passiert denn jetzt hier noch weiterhin genau ja also wir haben jetzt Energie von hier nach hier transferiert der Strom ist jetzt null der Strom hier ist auch null aber wir haben jetzt hier gerade Spannung drin oder Spannung über dem Element und damit Energie in der Kapazität gespeichert so und wenn man jetzt natürlich genau in dem richtigen Moment sage ich mal so wo der Strom gerade null ist wo ich den Schalter wieder aufmache dann wird das so bleiben dann habe ich jetzt die Energie in dem Kondensator gespeichert so ansonsten wenn ich den Schalter zulasse wird es nicht Energie sagen naja warum soll ich jetzt in dem Kondensator bleiben bringt mir ja auch nichts ich habe auch keine Lust drauf der Kondensator wird jetzt wieder entladen und lädt die Spule wieder auf ja und dann haben wir wieder dann geht die Spannung wieder auf null dann haben wir wieder die ganze Energie in der Spule drin aber im Prinzip einen Stromfluss in die andere Richtung ja und dann wird die Spule wieder sagen warum soll ich jetzt hier die ganze Energie für mich behalten ich gebe die wieder ab so und genau das gleiche jetzt kann ich kann ich den schönen Polylux nicht verwenden weil da Sachen drauf liegen ja aber ich meine genau das gleiche ich benutze jetzt meinen schönen Tafelwischer also genau das gleiche habe ich hier wenn ich jetzt so einen Pendel baue ja und sage ich habe jetzt hier eine Energieform nämlich potenzielle Energie und jetzt lasse ich das los ja und dann dann schwingt das runter so und wenn das hier unten angekommen ist jetzt muss man sozusagen freeze ja dann hat das keine potenzielle Energie mehr aber es hat die gesamte potenzielle Energie die es mal hatte in kinetische Energie umgewandelt und jetzt will es aber aufgrund der Trägheit weiterschwingen ja und die kinetische Energie will sich weiterbewegen und wandelt die kinetische Energie wieder in potenzielle Energie um ja so dann sind wir sozusagen dann haben wir die Energie wieder da drüben ja und dann sagt das warum soll ich jetzt hier oben bleiben ich falle wieder runter und dann schwingt eben dieses Pendel die ganze Zeit hin und her so und genau das wird diese Schaltung auch machen bloß eben mit nicht mit potenzieller und kinetischer Energie sondern mit magnetischer und elektrischer Feldenergie in der Spule und in der Kapazität ganz genau sieht das aus so und das könnte man wenn man jetzt wollte sich noch so ein bisschen intensiver einmal überlegen wie das so aussieht das ist jetzt nicht unbedingt Teil der Aufgabe aber glaube ich ganz nett mal trotzdem darüber nachzudenken so und zwar male ich jetzt mal hier so ein Zeitdiagramm also das ist die Zeit und an die Achse malen wir jetzt gleichzeitig Strom und Spannung und so dran in verschiedenen Farben und können uns wieder überlegen auch erstmal ganz viele Farben hier aus der Kiste so und also wo man auf jeden Fall nichts bei verkehrt machen kann ist wenn man diese Spannung zeichnet weil die ist immer konstant da kann ich einfach so eine gerade Linie zeichnen dann werde ich nicht verkehrt machen können so also die Quellspannung ist immer konstant so dann kann ich gelb wegpacken dann können wir uns nochmal praktisch diesen Aufladevorgang hier den haben wir ja schon so ein paar mal diskutiert anschauen also hier mache ich zu diesem Zeitpunkt machen wir mal den Schalter nach links ja vorher war der Schalter offen vorher floss auf jeden Fall kein Strom wenn ich den Strom mir anschaue dann war der Strom null und diese Spannung hier dementsprechend auch null und naja wenn der Schalter offen war fiel eben die ganze Spannung an den Schalter ab dann war die Spannung hier über der Induktivität auch null so und jetzt nochmal zurück wir schließen jetzt den Schalter nach links wir laden die Spule auf was passiert genau der Strom steigt an und die Spannung an der Induktivität bleibt aber noch für einen kurzen Moment null und die Spannung an der Induktivität springt erstmal auf den ganzen Wert den die Quellspannung hat also die gelbe Kurve das UL das springt jetzt hoch damit gibt es einen Strom Anstieg damit steigt eben der Strom an ja und dann gibt es eben eine Spannung über den Widerstand dann fällt die Spannung über der Induktivität ab und dann geht das das haben wir jetzt schon ein paar Mal diskutiert ich zeichne das jetzt mal einfach so in einen E-Funktions mäßigen Anstieg und die Spannung über den Widerstand macht natürlich genau das gleiche und dementsprechend fällt die Spannung über der Induktivität ab so und geht gegen Null so also das ist was beim Aufladen passiert ich schreibe mal hier drunter Aufladen so und hier vorne ist der Schalter einfach offen so jetzt wird es so ein bisschen spannend jetzt legen wir den Schalter um hier zum Zeitpunkt T gleich Null so und was haben wir jetzt gesagt also wir können uns jetzt so ein bisschen das überlegen mit dem Strom zum Beispiel also der Strom durch die Induktivität der muss auf jeden Fall erstmal für einen kurzen Moment konstant bleiben oder der muss so weiter fließen der Strom durch die Induktivität kann nicht springen Spulen verschleifen den Strom also der Strom muss der Strom war ja hier die rote Kurve der muss erstmal auf jeden Fall hier so bleiben für einen kurzen Moment so und jetzt haben wir einen Strom zu fließen durch diese Kapazität ja und die Spannung über der Spule die ja null war die fällt auch über der Kapazität ab Spannung für die Spannung an der Kapazität geht das gleiche die darf auch nicht springen darf sie auch nicht sprunghaft ändern so das heißt die muss auch erstmal konstant bleiben mal ich mal hier diese das ist jetzt ja auch im Prinzip unsere gleiche Spannung hier die zeichne ich jetzt in der gleichen Farbe in der gleichen Richtung ein das ist ja dann die gleiche Spannung so also wir haben ein Strom fließen und die Spannung an der Kapazität ist zunächst mal null so wir haben jetzt einen Strom durch die Kapazität was ergibt sich eine Spannungsänderung so und jetzt müssen wir jetzt haben wir das vorher so ein bisschen verschlammt jetzt müssen wir noch eine Sache hier richtig stellen nämlich also die Formel die gilt dafür dass Strom und Spannung in die gleiche Richtung zeigen die Formel gilt prinzipiell auch dafür dass Strom und Spannung in die gleiche Richtung zeigen machen sie jetzt aber bei uns nicht die zeigen in unterschiedliche Richtungen also muss ich jetzt mal hier noch Minus davor bauen also weil Richtung weil entgegengesetzte Richtung also auf jeden Fall haben wir einen Strom und deshalb kriegen wir eine Spannungsänderung aber negativ das heißt die Spannung fällt jetzt ab ja und ähm so und wenn die Spannung abfällt also jetzt wird die Spannung kleiner äh Moment halt 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 warte jetzt irgendwie kurze Verwirrung ähm wir waren bei wir waren bei hier also wir haben wir haben einen Strom wir haben einen Strom und wir haben wir kriegen dadurch eine negative Spannungsänderung also die Spannung geht jetzt nach unten die Spannung macht irgendwie dieses hier ja so also die Spannung fällt ab und dadurch wird die Spannung hier auch negativ und wenn die Spannung negativ wird gibt es einen negativen Strom Anstieg das heißt der Strom wird kleiner so so wird jetzt so langsam Schuh draus ja der Strom wird langsam kleiner bitte ne also springen darf der nicht der wird kleiner ja so und jetzt kann man sich überlegen naja jetzt geht das erstmal so weiter ja der Strom wird kleiner wir haben aber noch einen Strom der ist jetzt ein bisschen kleiner das heißt es gibt noch eine negative Spannungsänderung die ist jetzt nicht mehr ganz so groß ja so also das knickt jetzt so ein bisschen ab ich mache das mal gleich so in einem Rutsch durch sonst kriegt das hier nie vernünftige Zeichen also sie macht jetzt im Prinzip das und wenn die Spannung sich nicht mehr ändert wenn die Spannung sich nicht mehr ändert dann ist der Strom gerade null geworden ja und dann haben wir zu diesem zu genau diesem Zeitpunkt hier haben wir null durchgang des Stromes erreicht und die Spannung ist zumindest betragsmäßig gerade maximal geworden das ist das ist dann genau der Fall den wir ausgerechnet haben und naja und die maximale Spannung wir haben das jetzt ja nur hier mit Wurzel und Betrag und so ausgerechnet das was wir ausgerechnet haben sind 1000 sind das wenn wir das in der Richtung ein Zeichen eigentlich minus 1000 Volt so und jetzt haben wir eben eine Spannung über der Kapazität Energie darin gespeichert also die Spannung muss jetzt auch wieder weiter gehen so aber wenn wir jetzt eine Spannung haben eine negative Spannung dann haben wir auch weiterhin negativen Stromanstieg so und jetzt wird der Strom aber negativ ja also der Strom geht jetzt hier weiter so aber wir haben dann jetzt kriegen wir negativen Strom und wenn wir negativen Strom haben dann kriegen wir einen positiven Spannungsanstieg richtig so also geht die Spannung geht jetzt langsam wieder hoch und dann geht das so weiter kann man sich überlegen dann macht das so diesen und macht hier den ja und dann haben wir wieder den gleichen Fall wie hier vorn bloß mit umgekehrten Vorzeichen und dann kann man sich überlegen dass das dann genauso weiter geht und hier auch genauso weiter geht ja und in dem Moment wo hier die Spannung null ist hat der Strom ein Maximum und da wo dann die Spannung wieder maximal ist hat der Strom Minimum und so weiter und so fort ja also die Kurve hier um das nochmal dran zu schreiben das ist das UL oder das ist UL was das gleiche ist wie UC und die rote Kurve hier das ist der Strom und zwar der Strom der so rum hier rum fließt dann auch so und das ist ja so was passieren wird ja und deshalb verhält sich wie schon richtig gesagt diese Schaltung von L und C wie ein Schwingkreis ja und schwingt genauso nach sinus und sinus förmigen verläufen wie wenn ich jetzt so ein Pendel habe wobei dieses Pendel ja gar nicht mal so sinus schwingen würde sondern wenn ich das wirklich nur so sehr klein schwingen lasse ansonsten ist das nicht sozusagen bisschen verzerrt aber schon auch ungefähr so so gibt es gibt es bis dahin Fragen Unklarheiten Hinweise Ideen Anregungen Kommentare Ja Also rein prinzipiell machen wir das in Grundlagen Elektrotechnik so am Ende des zweiten Semesters dass man das mal ausrechnet genau was dazu passiert ja so genau wir können das jetzt mal noch im Prinzip rasch machen weil ich glaube wir haben schon die meisten Formeln an der Tafel und so wahnsinnig kompliziert ist das jetzt nicht das mal noch rasch hinzuschreiben was hier passiert und zwar wenn wir jetzt mal einfach die Gleichung hier einsetzen ja so schreibe ich nochmal hin also ul von T die an unserer Induktivität induzierte Spannung ist L mal Di nach dt und für das I schreibe ich dt also steht hier minus c ich schreibe das jetzt mal so ganz profan erstmal hin du nach dt so also steht da genau das c ist eine konstante die können wir einfach davor schreiben und das minus genauso steht da minus l mal c mal so und jetzt haben wir eben die zweite Ableitung d 2 u nach dt 2 die zweite Ableitung der Spannung und zwar der Zeitfunktion der Spannung wenn wir das noch ergänzen wollen genau und jetzt könnte man das eben auch schreiben als minus l mal c mal u Punkt Punkt von t und meint mit dem Punkt Punkt die zweite Zeitableitung so wie so wie man in der Schule u Strich schreiben würde und u Strich Strich für Zeitableitung macht man da Punkte drüber es sieht natürlich immer wie so the German Umlaut aus aber aber gut so und das ist dann tatsächlich schon wie würde man das jetzt nennen was wir hier aufgeschrieben haben eine Differenzial Gleichung richtig so und zwar ist das jetzt ja eine Differenzial Gleichung zweiter Ordnung weil da die Funktion an sich auftaucht und die zweite Ableitung der Funktion und ansonsten ist das eine homogene Differenzial Gleichung weil ich das jetzt so schreiben also da gibt es ja keinen anderen Term es gibt nur die Funktion und die Ableitung der Funktion keine Quelle und die ist linear die Differenzial Gleichung weil dann nur die Funktion auftaucht und nicht irgendwie Quadrat Wurzel was auch immer und die hat konstante Koeffizienten weil das L und C nicht von der Zeit abhängen so und wenn man jetzt diese Differenzial also diese Differenzial Gleichung lösen heißt jetzt eine Funktion finden die diese Gleichung erfüllt für alle Zeiten und wenn wir das jetzt machen dann sollte da im Prinzip genau das bei rauskommen und das hilft ja als a priori wissen jetzt auch schon mal ganz gut weil wenn man jetzt scharf auf diese Skizze drauf schaut dann sieht das nach was für Funktionen aus Sinus und Kosinus ja so und wenn man jetzt mal auf diese auf dieses Firmelchen hier schaut dann steht ja hier auch die zweite Ableitung der Funktion die soll so groß und zwar die zweite Ableitung negativ soll so groß sein wie die Funktion selbst genau also wenn ich jetzt dann ansetze ja und ich meine das können wir jetzt aus dem was wir uns hier vorher schon überlegt haben das rote war der Strom aber das orange ist die Spannung ja und hier sehen wir und die Spannung das was wäre das für eine Funktion ist minus Sinus ja das wäre genau eine Cosinus Funktion und das wäre eine Sinus Funktion bloß invertiert so also aus unserer Skizze ja könnten wir mal raten könnten wir mal irgendwie scharf schluss folgern also U L von T könnte müsste dürfte sein eine Minus Sinus Funktion so die irgendwie von der Zeit abhängt ja so und die muss natürlich noch vielleicht schreibe ich das gleich noch davor die muss natürlich noch irgendwie eine Amplitude haben U Dach so und die muss sinus förmig von der Zeit abhängen so jetzt kann man sich noch überlegen kann ich das direkt so hinschreiben Sinus von T ja ein Pi noch irgendwie vielleicht einbauen dieses W Zeichen genau also das was wir Omega nennen so warum ist es total schlau da so ein Omega drin zu haben weil das die wir nennen das am Ende Kreisfrequenz aber in der Mechanik wäre es vielleicht so was wie so eine Winkelgeschwindigkeit genau so aber ja warum kann ich nicht einfach nur Sinus von T hinschreiben genau also weil irgendwie also es gibt mehrere Gründe der erste Grund ist ich muss ja die Funktion irgendwie anpassen auf meine Schaltung und ich muss die ja irgendwie skalieren ja und also dieses Omega skaliert wie genau das Omega skaliert horizontal weil ich das ja direkt mit dem T multipliziere und das U Dach skaliert vertikal weil das ja vor der Funktion steht und einfach alle Funktionswerte größer und kleiner macht also mit dem Omega kann ich die Funktion so anpassen mit dem U Dach kann ich die Funktion so anpassen so und dann gibt es also das ist Grund Nummer eins dann gibt es noch einen zweiten Grund warum ich da unbedingt so ein Omega zu stehen haben muss und noch einen Faktor vor der Funktion die Zeit hat als Einheit Sekunde oder Minute oder Stunde was auch immer Sekunde und dann kann ich aber nicht den Sinus von Sekunden ausrechnen das geht nicht ich kann nur den Sinus von einer Zahl ausrechnen das heißt ich brauche dieses Omega Omega schreibe ich mal hier oben jetzt noch Platz ist die Kreisfrequenz und die Einheit von dem Omega ist 1 durch Sekunde also dass ich Sekunde 1 durch Sekunde wegkürzen das ist einheitenlos Sinus von was einheitenlos ist auch einheitenlos jetzt möchte ich aber am Ende eine Spannung haben also muss ich noch irgendwas davor schreiben was mir die Einheit der Spannung mit gibt und das ist das U-Dach so und jetzt können wir ja sozusagen das ist jetzt unser Ansatz den wir aus unserer Skizze oder den man sich auch auf aus scharfen drauf schauen auf die Gleichung überlegen könnte wenn ich Sinus und Kosinus Funktion habe Sinus abgeleitet ergibt Kosinus und Kosinus abgeleitet ergibt Minus Sinus und Minus Sinus abgeleitet ergibt dann wieder Minus Kosinus und so habe ich immer nach zwei Ableitungen habe ich wieder die gleiche Funktion aber mit negativen Vorzeichen und das ist ja genau das was hier steht zwei Ableitungen negatives Vorzeichen ergibt wieder genau das gleiche wie vorher so und jetzt können wir das noch einmal ableiten praktisch ja also wir können mal ul von t Punkt Punkt ausrechnen so die zweite Ableitung von dieser Funktion das U darf ist ein konstanter Faktor was kann man mit hier machen einfach abschreiben kann nichts mal verkehrt machen so Sinus zweimal abgeleitet ist Minus Sinus macht sich mit dem Minus weg bleibt ein positives Sinus über so und wir haben noch genau wir haben eine verkettete Funktion wir brauchen eine innere Ableitung und die ist null bei der Omega Persen vor spring und dann wird das einfach zu weg ja aber nee du denkst sozusagen falsch Omega ist ja dann ein Faktor den wir beim nächsten Mal auch einfach mit abschreiben und dann kommt nochmal ein Omega dazu also haben wir Omega Quadrat so und das können wir doch jetzt im Prinzip mal hier einsetzen also wir können sagen ja auf der Seite der Gleichung steht einfach das hier so also minus U Dach mal Sinus von Omega T und auf der anderen Seite der Gleichung das habe ich hier fast ein bisschen zu Platzraum geschrieben aber egal auf der anderen Seite der Gleichung steht steht minus L mal C mal unsere zweite Ableitung und die zweite Ableitung ist U Dach mal ebenso Sinus von Omega T mal Omega Quadrat genau also das ist mal die linke Seite das was hier unten steht war mal die rechte Seite so und jetzt kann man hier im Prinzip naja also wir könnten durch U teilen durch U Dach teilen weil U Dach sollte nicht Null sein so richtig durch die Sinus Funktion teilen können wir nicht weil die Sinus Funktion könnte ja Null sein aber wir können auf jeden Fall so einen Koeffizienten Vergleich machen und das Minus können wir auf jeden Fall mal wegstreichen und können jetzt als Koeffizienten Vergleich sagen hier steht doch so viel wie also das und das habe ich auf beiden Seiten wenn ich mir das wegdenke steht da 1 ist gleich Omega Quadrat mal LC Richtig kommt und genau die Frequenz nach der das schwingt und jetzt könnte man also diese Kreisfrequenz ist 2 mal Pi mal F die normale Frequenz ja also hat ja vorhin jemand gesagt in dem Sinus da muss irgendwie das mit dem Pi und 2 Pi und so drin stecken ja also letztendlich macht das rechnet uns das Omega das was jetzt hier unten raus kommt da steckt eben noch dieser Faktor 2 Pi drin da könnte genau also mit dem Omega könnte man jetzt auch das was man dann das was wir in Grundlagen Elektrotechnik im zweiten Semester machen praktisch Blindwiderstände Impedanzen Admittanzen von der Induktivität und Kapazität ausrechnen ja also die 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 Lösung die Lösung der Differenzialgleichung warte die gibt uns jetzt die Frequenz mit der das schwingt und die Frequenz die aus der Formel rauskommt ist aber eben so eine Kreisfrequenz da steckt noch das 2 mal Pi das sind sozusagen Radiant Schwingungen pro Sekunde und unsere normale Frequenz wären eben Schwingungen pro Sekunde also ich kriege ein F raus indem ich das Omega durch 2 Pi teile und wie kriege ich aus der Frequenz eine Periodendauer raus 1 durch genau also T ist 1 durch F so und wo finde ich jetzt hier unten die Periodendauer in meinem Diagramm eine ganze Schwingung also von einem Maximum bis zum nächsten Maximum was wäre hier hinten also das wäre hier genau Groß T hier wäre ich bei T halbe hier wäre ich bei T Viertel und hier hätten wir 3 T Viertel so und deswegen schwingt das so wie das schwingt so und hat er sich jetzt die Frage dann auch schon geklärt ne noch nicht für ich guck ja also in meinem Koffer habe ich dann mal festgerechnet aber ist dann nicht Omega Quadrat bleibt dann trotzdem so wie es ist und der Rest bleibt auch so wie er ist also wir haben das Minus hier haben wir ja aufgrund unserer Skizze angenommen und das Minus hier kam ja aus dem negativen aus dem Minus hierher so und ich meine jetzt also um jetzt eine letzte kleine Probe zu machen wir haben jetzt praktisch die Differenzialgleichung naja so mehr oder weniger gelöst eigentlich schon für die Spannung ja und da kam jetzt eben aus ein bisschen diesem Ansatz und das so dann gemacht haben kam jetzt diese Minus Sinus Funktion raus so wenn ich jetzt mal aus dem hier ganz stumpf den Strom ausrechne also ich setze jetzt für diese Spannung da diese Funktion hier ein und da muss ich die einmal ableiten und das Vorzeichen umdrehen so wenn ich die Sinus Funktion also ja wenn ich die Sinus Funktion ableite kommt eine Cosinus Funktion raus und ich muss noch einmal das Vorzeichen umdrehen ja und dann kommt eine Plus Cosinus Funktion raus und das passt auch weil das ist genau eine positive Cosinus Funktion also hier kommt jetzt für unser Beispiel am Ende raus schreibe ich mal in rot da so mit hin weil das jetzt dann zu der Skizze passt also hier käme jetzt raus das wäre dann wiederum I genau das I was wir hier vorher als Amplitude hatten mal Cosinus von Omega T genau und U Dach und U Dach hier ist das gleiche U Dach was wir hier oben ausgerechnet haben ganz genau und damit könnten wir jetzt zu jeder Zeit ausrechnen was da wie für Strom und Spannung auftritt so und jetzt könnte man an der Skizze sich nochmal das überlegen ob dann diese beiden Formeln hier gelten also wenn ich den Strom nehme und den Strom ableite dann muss die Spannung rauskommen ja so also das ist der Strom ähm ableitung grafisch betrachtet ist so viel wie der Anstieg die Tangente so also gucke ich mir den Strom an und bestimme von dem Strom die Ableitung im Sinne des Anstiegs so dann ist der Anstieg hier null ist die Spannung auch null jetzt wird der Anstieg so sachte negativ wird die Spannung auch sachte negativ hier ist der Spannung hier ist der Anstieg negativ maximal ist die Spannung auch negativ maximal vom Betrag her ja oder eben minimal so jetzt bleibt der Anstieg negativ wird aber betragsmäßig wieder geringer und geht gegen null die Spannung bleibt negativ wird betragsmäßig geringer geht gegen null und jetzt wird der Anstieg hier positiv und steigt gegen ein Maximum die Spannung wird positiv steigt gegen ein Maximum und so weiter so also erste Formel check ja zweite Formel können wir auch nochmal prüfen wenn ich jetzt die Spannung ableite und ein Minus davor schreibe dann sollte genau der Strom rauskommen so die Spannung ist die Kurve hier wenn ich jetzt hier den Anstieg angucke ist der negativ maximal mit dem Minus davor wird der aber positiv maximal passt so jetzt wird der im Prinzip betragsmäßig kleiner und geht gegen Null wird betragsmäßig kleiner geht gegen Null jetzt wird der Anstieg hier langsam positiv und geht gegen ein Maximum also wird der hier langsam negativ geht gegen ein Minimum dann bleibt er hier so wird betragsmäßig geht er wieder gegen Null also ansteigend gegen Null hier ist jetzt immer noch negativ geht aber auch gegen Null und dann geht das hier so weiter also jetzt wird der Anstieg hier wieder negativ und wird immer größer deswegen wird das hier immer positiv größer so also die beiden Gleichungen kann man auch mal grafisch so schön nachvollziehen so das ist das was in der Schaltung passiert jetzt müssen wir noch ganz unbedingt mal noch diese beiden letzten Aufgabenteile B und C rechnen richtig so und das also was jetzt bei Aufgabenteil B und C passieren soll ist dieser Kondensator der war jetzt vorher schon mal aufgeladen also der hatte vorher schon bevor ich den Schalter umlege hatte der schon eine Spannung UC 0 nenne ich die mal ja und die sollen jetzt schon 500 Volt gewesen sein so und jetzt muss ich mal schauen wo ich geschickt Platz machen kann indem ich könnte auch die andere Tafel hochschieben das wäre auch eine Idee die ist sogar einigermaßen sauber es ist immer nicht so wahnsinnig praktisch in diesem Raum weil man irgendwie nur ganz wenig von der Fläche nutzen kann aber machen wir mal oder ich schiebe die runter und die hoch aber ich glaube irgendwie viel besser wird das alles nicht so probiere es mal so also bei B soll dieses UC 0 das sollen 500 Volt sein also vorher war der Kondensator aus irgendeinem Grund war der schon auf 500 Volt aufgeladen so wie müsste ich jetzt weiter rechnen was können wir jetzt genau also wir könnten also diese Energieerhaltung die wir vorher gemacht haben vorhin mal gesagt die Energie aus der Induktivität die muss in die Kapazität reingehen ja so also das war Energie vorher das war Energie nachher jetzt kommt zu der Energie vorher eben noch die Energie dazu die vorher schon auf dem Kondensator gespeichert ist gleiche Energiebilanz ja und wie 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 sozusagen meinst rückwärts rechnen wir setzen die 500 Volt erstmal ein rechnen die Energie aus ja aus uc0 ergibt sich ec0 setzen das hier ein und dann können wir das trotzdem nach da umstellen so bevor wir das jetzt gleich machen also könnte man ja so ganz grob über das Problem einmal kurz nachdenken und sich überlegen naja also ich habe diese Induktivität vorher auf 10 Ampere aufgeladen jetzt habe ich die komplett in den Kondensator reingeladen da kam wie viel Spannung raus 1000 Volt so jetzt habe ich vorher auf dem Kondensator schon 500 dann sollte 1000 wäre so die erste Intuition dass 1500 rauskommen so wir werden das jetzt rechnen und werden feststellen ist nicht so die Intuition verlässt einen an der Stelle ja genau wegen der Wurzel oder wegen des Quadrats hier ja genau so also rechnen wir 1 halb C mal 500 Quadrat Volt Quadrat so plus die haben wir ja schon ausgerechnet hier an den ändert sich ja nichts plus die 0,05 Joule so und das soll wiederum dann trotzdem die Energie an dem Kondensator ergeben so und die die Spannung können wir dann einfach mit der Formel hier ausrechnen mit dem mit dem UC Max so jetzt müssen wir mal nur das hier vor noch ausrechnen vielleicht hätte ich für C das gleich einsetzen sollen dass das 100 Nano Farad sind und Nano sind wieder 10 hoch minus 9 und Farad sind wieder Ampersekunden pro Volt und dann kürzen auf jeden Fall Volt Quadrat und Volt weg Das ist schon mal gut dann bleiben wieder Ampersekunden mal Volt über das sind wieder Wattsekunden und das sind wieder Joule so und ja also 100 sind 10 hoch minus sind 10 hoch 2 mal 10 hoch minus 9 sind 10 hoch minus 7 und dann kommen nochmal 10 hoch 2 und nochmal 10 hoch 2 dazu macht 10 hoch minus 3 richtig ja so und 10 hoch minus 3 das mal 25 und davon die Hälfte also komme ich genau würde ich jetzt sagen das ist das gleiche wie ich schreibe mal die 0,05 Joule von hier ab und das hier vorne müssten sein 0,01 25 Joule richtig 12,5 Milli ja also wir hätten das besser in Milli Joule schreiben sollen aber egal so also es macht am Ende genau also 12 und 50 macht 62,5 Milli Joule so und die 62,5 Milli Joule vorher waren das mal 1,20 Joule oder 50 Milli Joule die die setzen jetzt hier ein jetzt sind das eben nicht mehr 50 sondern 62,5 so die müssen jetzt da rein in die Formel U U C max ist wie Wurzel aus 2 mal 62,5 Milli Joule geteilt 90 90 80 nicht mehr 20 80 25 verabschieden ist. Es muss was rauskommen, was ein bisschen größer ist als die 1000 hier. Und also hier stehen immer noch Millie und hier stehen immer noch Nano, ne? Ja, wir haben mal jetzt einen Zweig mit den 2G, also möchte ich. Aber ich fände das richtig, da ist nicht Energie-Signal. Nee, nee, Energie vorher, Energie nachher. Nee, jetzt muss irgendwas, also das sind doch jetzt genau, irgendwie sowas. 1118 klingt gut. 1118 Volt, ein bisschen mehr als 1000 Volt. Also nicht 1500 Volt, wie man jetzt so grandläufig erwarten könnte, sondern in Anführungszeichen nur 1118 Volt. So. Hm? Ein bisschen Schwund hat man immer, ja? So. Und das, ja, kommt wegen des Quadrats, wegen der Wurzel in dieser Formel. So, und jetzt kann man damit natürlich auch relativ schnell Aufgabenteil C sich noch anschauen, wenn die Spannung UC0, die wir vorher drauf hatten, wenn die jetzt minus 500 Volt war, was passiert dann? Wenn die Spannung vorher negativ war, was? Na, ähm, spüre ich jetzt aber offen, was das da drauf nicht verteilt hat, wie wir dort alles sehen, dann kommt das da drauf nicht so. Aber nee, ist ja irgendwie frau. Genau, hier in der Formel steckt ja ein Quadrat drin, hier ist es ziemlich egal, ob ich hier plus oder minus ähm, 500 Volt rechne, wenn ich die quadriere. So, also das das EC0 ist dann eben ein halb mal C mal minus 500 Volt zum Quadrat. So, und damit hat das den gleichen Zahlenwert wie vorher, nämlich auch diese 12,5 Millijoule. Und daraus folgt, wenn man sich jetzt die restliche Rechnung anguckt, dass das UC Max eben auch genauso 1118 Volt sind, weil sich jetzt ja nichts daran ändert. An dem, an der restlichen Rechnung. Ja, ähm, spätestens hier steht ja in das gleiche Ergebnis, gleiche Rechnung, gleicher Zahlenwert. Also es ist im Prinzip egal, ob ich die, ob ich den Kondensator jetzt vorher auf die negative, auf eine positive Spannung aufgeladen habe, die Energie ist die gleiche. So, da gibt es jetzt nochmal eine Frage. Ja, also wir haben jetzt weggekostet. Ja. Erkenne ich das richtig, dass weil es unter Brust hier steht, da ist durch Verrat und deswegen haben wir die Verrat durch Schuhe. Na, also wir haben vorhin mal aufgeschrieben hier, Verrat sind Ampersekunden pro Volt. Ja, hier steht die Rechnung ja immer noch. Warte, ich muss das eventuell mal schieben. So, da haben wir so gesagt, also Verrat ist Ampersekunden pro Volt, dann kommen wir mit dem Volt erweitern und am Ende kommt er auch raus, das ist das gleiche wie Joule pro Volt. So, und weil das Verrat ja jetzt hier unter dem Bruchstrich stand, habe ich aus Verrat Joule pro Volt Quadrat gemacht. Und dann haben wir die Joule weggekürzt, das sind ja die Joule hier oben von der Energie und die haben sich jetzt mit den Joule weggekürzt, in die wir Verrat umgebastelt haben. Ja, so und jetzt könnte man sich eben noch überlegen, naja, also, wenn ich das jetzt auf meine, auf meine Verläufe hier unten übertrage, ja, dann würde das eben heißen, ähm, wenn ich mit 500 Volt anfange oder mit minus 500 Volt anfange, dann, dann ändern sich, also, die Verläufe nicht grundlegend, bloß, dass diese Kurve hier jetzt eben einen anderen Startwert hat. Naja, wir verschieben auf der Y-Achse, aber gleichzeitig spreizen und strecken wir die auch noch ein bisschen. Also, am Ende bleibt diese Kurve sozusagen trotzdem, trotzdem symmetrisch am Ende, bloß, dass die einen anderen Startwert bekommt, einen anderen Startpunkt bekommt, ja. Also, die wird von der Amplitude her größer und wir, wir verschieben die so ein bisschen in die Richtung, damit die eben nicht mit Null startet hier vorn. Die letzte Sache, die man sich jetzt noch, ja, trotzdem passend zur Aufgabe vielleicht ein bisschen sehr über den Scope der Aufgabe hinausgehend überlegen kann, wie lange geht denn das jetzt so? Solange bis es abgedämpft wurde? So, und jetzt, also, in unserer Schaltung gibt es im Prinzip keine Dämpfung. So, also, wenn man jetzt scharf auf diese Schaltung schaut und sagt, das ist aus einem supraleitenden Draht gewickelt, das ist alles supraleitend und das haben wir irgendwie mit flüssigem Helium auf minus, auf, 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 vier Kelvin gekühlt oder so, so, dann, ja, dann schwingt das prinzipiell unendlich lange? Ja, ja, aber wenn wir den so weg idealisiert haben, so, also, würde ich behaupten, je nach, jetzt, jetzt hängt so ein bisschen davon ab, wie man das aufbaut, also, ich würde, ähm, dann sagen, vermutlich schwingt es trotzdem nicht unendlich, selbst wenn ich das supraleiten baue, ja, so, weil ein Effekt auftritt, den wir jetzt nicht in unserem Schaltbild drin haben, nämlich, ähm, je je nachdem, wie groß man das jetzt baut, ja, also, wie groß das dann trotzdem ist, wird das eben wie eine Antenne wirken und wird Energie abstrahlen, ja, also, am Ende ist die, ist die Energie trotzdem mal weg, ähm, also, die ist nicht weg, sie ist nur woanders, ja, die haben wir jetzt abgestrahlt, so, so wie bei so einem Crypto-Scam, ja, das Geld ist nicht weg, das Geld ist nur wo anders, ähm, die Energie ist jetzt weg, die haben wir als, als elektromagnetische Welle abgestrahlt und ansonsten in der Praxis natürlich, diese Leitungen hier sind aus Kupfer, aus Leitfing-Material, die haben Verluste, die Spule ist aus dem Draht gewickelt, die hat Verluste und deshalb, wenn ich das jetzt einfach so im Labor bei mir auf dem Schreibtisch oder so aufbauen würde, keine Ahnung, wenn das, wenn das sichtbar hundertmal hin und her schwingt, dann wäre das schon eine ganze Menge, da müsste ich schon eine gute Spule und einen guten Kondensator haben, damit, damit das so funktioniert, ja, ähm, doch, Selbstinduktion steckt ja mit drin, weil das ist, das ist ja hier Selbstinduktion. Wir haben nur, ähm, also das Induktionsgesetz, das ist jetzt wieder so eine Sache, ähm, typischerweise findet man dieses Induktionsgesetz auch mit einem Minus davor und dann gilt das mit dem Minus davor einfach nur dafür, dass der Spannungsfall in die andere Richtung zeigt, ja, ähm, und dann sagt man ja so landläufig immer so schön, an der, bei Stromänderung an der Spule wird eine Spannung induziert, die dem ursprünglichen Stromfluss entgegengesetzt ist. So, und ist jetzt hier noch wieder was im Chat passiert? Ne. Ja. Okay. Und, ja, das ist eine ziemlich ausführliche, ziemlich umfassende Lösung dieser Aufgabe, äh, mit, mit sehr viel darüber nachgedacht, was jetzt hier tatsächlich so in der Schaltung funktioniert, mit, ähm, einer, äh, nahezu umfassenden Diskussion aller vollständigen physikalischen Effekte. Und,